Hallo hier vom Beckenrand aus Teneriffa. Wir sind ja immer auf der Suche nach Feedback und Kontrolle, dass sich unsere Technik verbessert. Dazu gibt es viele Methoden. Eine Methode ist natürlich ein Trainer, der am Beckenrand steht. Das passiert bei den meisten eher seltener. Es gibt ein Hilfsmittel, das ist wirklich sehr günstig und sehr effektiv und zwar ist das ein alter Fahrradschlauch. Man sollte also niemals Fahrradschläuche wegwerfen, weil man kann die in der Form hier zusammenknoten. Man kann das Ganze dann für das kraularme Schwimmen nutzen. Das ist deutlich effektiver, als wenn man nur mit einem Pullboy schwimmt, weil man dann ja meistens doch ein wenig Beinarbeit macht und die Beine übereinander schlägt oder die Füße. Das wird hierdurch verhindert. Das heißt also, man versucht hier einmal mit dem Fuß reinzugehen, dreht eine 8, sodass es dann ungefähr so aussieht bei den Füßen. So hat man die Möglichkeit immer so ganz leicht auszutarieren, ist aber dennoch fixiert und dann bekommt man ein sehr schönes Feedback darauf, wenn sich Unwuchten ergeben, wenn man zum Beispiel leichte Schlangenlinien schwimmt. Das zeigt einem dann, dass entweder die Armarbeit nicht sauber eingesetzt ist, dass man da Querabdrücke hat, oder aber dass man nicht stabil genug ist im Rumpfbereich. Also insofern bitte nie wieder einen Fahrradschlauch wegschmeißen. Er hat ein zweites Leben verdient. Viel Spaß dabei!